ihr schaut auf dieses blätterdach ich steht auf dieser hohen treppe in dieser die die geländer los ist die ohne säulen in diese schwärze gebaut wurde der jahrhunderte von metern runter marschiert zeit und ihr seht jetzt auf einen auf einen blätterdach eines waldes aus der leicht grünlich schimmert in der schwärze dieser halle geht dort eine gerest du wolltest gerade deine gedanken teilen zu dieser diesen absonderlichen event sag ich jetzt mal ja das war einfach so ein kommentar nebenbei so dass wir vom ja ja wir gehen vom himmel auf die erde hinab ja natürlich das ist hier oben schwarze nacht wir sind wie götter aber gilder du meintest das sieht aus wie deine heimat also du bist in waldnähe aufgewachsen ich habe letzten endes bin ich ja also genauso wie du ein berg ist das erklärt mich ja wohl ja aber bei mir ich war nicht ich bin nicht in den bergen aufgewachsen ich bin am ganz normalen dorf aufgewachsen wahrscheinlich sogar eher eine stadt wenn du auf einer akademie warst oder ich wurde davon meine mutter hin geschickt also später dann genau ja was denkst du denn überhaupt ich bin ziemlich begeistert ich bin ziemlich begeistert ich bin ziemlich begeistert ich wusste nicht dass hier unten drunter so eine komische elfenstadt ja also mich mich interessiert ist ich bin total fasziniert ich will da nur noch hin also ein schneller oder auf jeden fall zielstrebiger jetzt ja gut also du erhöhst da ein bisschen deine schrittzahl jetzt ohne ohne waghals also ich ich unterstelle ohne waghals sich jetzt hier runter zu tollen sondern einfach nur ja ein bisschen schneller zielgericht ja okay also die anderen zwei folgen ihr und ihr geht immer weiter runter und merkt dass ihr dann irgendwann an so eine baum quasi auf so eine baumkrone kommt also da wo die baumkronen sind und wenn ihr das so durch durchstoßt so diese also also pass auf diese diese bäume ja die sind das sind palmen das sind eichen lerchen das sind irgendwelche weiß ich nicht irgendwelche ganz ganz viele die passen gar nicht zusammen das sind fichten dabei das sind irgendwelche ja palmen und solche gewächse dabei und die 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 haben sich quasi so über diesem also da ist ein treppenabschnitt ja ich habe immer gesagt diese treppenabschnitte sind ungefähr so zehn meter und haben sich so über diesem dritten treppenabschnitt sind die so verwachsen also ihr könnt quasi nicht darunter gehen weil diese bäume sich so wie so ein kleines gestrüpp da oben gebildet haben also sie sind quasi hochgewachsen und sind so ineinander über gegangen und wachsen einfach weiter aber ihr seht das unter diesem also dass das da unten auch echt so richtig grün smaragden schimmert also auch dieser ganze wald scheint irgendwie von unten her hell zu sein zu leuchten dunkelheit sieht man das überall mal so aufblitzen wie sterne so wie so grüne immer wenn so ein blätter so ein bisschen bewegen dann gibt es überall so so sparkles so ja wie so licht lichtfelder die so in die dunkelheit stoßen jetzt ist halt dieser weg über wucher also wie es scheint müssen wir jetzt hier runter ich meine ich hätte eine möglichkeit und weiß nicht wie es mit euch aussieht könnt ihr gut klettern relativ also besser als du anscheinend weil sonst hättest du ja auch hochklettern können wie ich das letzte mal ja es hat nicht geklappt ja ich habe ein würfelergebnissen momentan ja also von dieser und dieser position aus seht ihr halt dass da rechts und links halt überall sind überall halt verschiedenste bäume teilweise mit vielen ästen teilweise mit wenigen ästen teilweise palmen wie gesagt jahnen alles mögliche was man sich vorstellen kann also ihr seid wie gesagt oben in diesem haben wir seid so auf der höhe der obersten baumwipfel so ja aber da kommen wir ja jetzt nicht durch also weiter durch über die treppe hattest du ja gesagt das habe ich nicht gesagt ich habe euch nur beschrieben wie es aussieht was ihr daraus macht ich habe ja gesagt ich will ja weiter runter ja ich habe gesagt dass da die die baumwipfel über die zeit wahrscheinlich so ineinander verschlungen sind es sieht aus wie so ein wie so ein strüpp einfach aus verschiedensten bäumen die so ineinander übergegangen sind und ja versperren halt so den weg sind ich würde mich in einen falken verwandeln und dann dadurch stoßen also als äh katze wäre wahrscheinlich nicht ganz intelligent ja wie gesagt gesagt getan ja ja dann möchtest du dich jetzt in einen falken verwandeln ja dann mach mal deinen zauberwurf ein w8 diese ja wunderbar das ist was ist das denn jetzt das ist 14 sogar ja okay ja das klappt wunderbar du bist jetzt bist jetzt wieder ein falke der der garis wird wieder zum falken seine kleidung sein messer fällt klappern zu boden sein rucksack und neben dir fliegt er wieder als falke wenn jetzt ein windschluss kommt bin ich verloren ne also hier ist es schon also hier ist ihr wind geht immer noch aber der ist wirklich das ist ein bisschen wer ein warmer sanfter wind also es hat schon aufgehört dieses stürmen ja das er vorher die ganze zeit hat ich nehme deine sachen auf und die fackel bitte ja nochmal ich nehme alles von seinen sachen wieder auf ja ja die fackel fällt zu boden ja die ja natürlich auch aber ja die ist auch mittlerweile auch runter gebrannt achso na dann brauche ich sie auch nicht auf die ist jetzt das ist jetzt die zweite fackel die habt ihr jetzt auch schon sehr lange die hat schon gut gehalten ne gute qualität ja gut garis wie sieht es aus was machst du äh ich flieg so so zweimal um um gildor herum dass ich hoffe dass er sieht dass es ein dankeschön sein soll und durchstoße dann die die ähm das blätterdach nach unten setz mich erstmal auf den ersten ast um runter zu schauen was da noch unten kommt mhm ja gut also durchstoßen also ist halt unmöglich ne du kannst nicht mit gefühl aber du kannst natürlich auf dem ast landen und dann auf dem nächsten ast durch so runter runter droppen und so das geht schon ähm ja und du kletterst dann so ein bisschen runter teilweise flatterst du auch mal so und kann du kannst ja auch dann du siehst halt dass das unten drunter würdest sagen so ja ja das sind so so fünf sechs sturzflug flügelschläge bis zum boden würdest du sagen die maßeinheit die kommt dir gut vor hm falls unten nichts gefährlich ist sondern einfach nur so eine wiese würde ich da landen und mich sofort wieder zurück verwandeln es ist es ist relativ hell ja also diese also du bist ja als als falke ne bist du ja gewohnt so im sturzflug so eine maus zu jagen ne dementsprechend würdest du sagen das ist jetzt so eine gute höhe wenn du eine maus erspähen würdest äh wiegst du fünf sechs flügelschläge nach unten zu machen nur kamikaze mäßig und dann die maus würdest du so weg snacken ja würdest du dann greifen das sieht gut aus und du siehst auch das also dein falkenauge zeigt dir auch schon so ein bisschen bewegung also da unten ist es wirklich hell ne wie am helllichen tag hm na dann würde ich da auf dem boden landen und mich sofort wieder zurück verwandeln ja auch gar kein problem gar kein problem du stehst jetzt auf so einem baum auf einer baumbestandenen äh stelle so mit das noch sträucher und blüten und blumen und das ist waldblumen und moose wie gesagt auch ganz ganz verrückte sachen so aus ganz ganz vielen klimazonen ja büsche und es wirkt alles sehr sehr friedlich auch du hörst auch du hörst auch mal ein eichhörnchen oder siehst auch mal ein eichhörnchen und du hörst mal ein mäuschen huschen durch das unterholz du bist jetzt am boden und würdest sagen jetzt wenn du jetzt unten als garis stehst das wären jetzt noch so anderthalb also das wäre noch so die halbe treppe gewesen dann wäre eine plattform gekommen und dann wäre wieder so eine zehn meter lange treppen passage gekommen und dann endet diese diese treppe auch am boden ja dann würde ich erstmal ich würde es immer hoch schreien seid vorsichtig es ist sehr hoch noch circa einen guten flug stoßflug vom falken das wären ähm 15 meter circa ja das würdest du sagen ja als garis würdest du das sagen ja in der hoffnung dass die beiden mich verstehen die hören das ja ja ich würde mich versuchen da so ein bisschen durchzuschlagen damit ich die treppe weiter runter komme mhm wenn überhaupt noch eine treppe existiert ja da ja da existiert eine treppe klar aber wie gesagt ja gut also was heißt was heißt durchzuschlagen was hast du denn zum schlagen ein moment also falls du das wörtlich meinst was ich durchschlage ja jetzt ja ich hätte einen dolch der macht jetzt nicht so viel glaube ich ich habe eine handaxt ja dann mach du das ja warum man könnte ja wirklich durchschlagen warum man hätte auch fragen können hat jemand irgendwas gut äh ja also ich reichte ihm die handaxt ja dann gebe ich ihm die sachen von garis ja der garis steht auch nackt unten ja und er fühlt sich langsam immer wohler darin ja es ist warm ja ja dann fange ich an da so rum zu mhm ja dann musst du halt auch unten ankommen musst du halt ein paar äste mal so ein bisschen stutzen du musst jetzt hier nicht wirklich reingehen und das ist jetzt nicht so das problem also die bäume fangen jetzt nicht an irgendwie äh auf dich einzuprügeln oder sowas auch schade wäre ja auch wäre ja auch unrealistisch und äh in der total magischen welt wäre das total unrealistisch so ist es so alles normal und ähm ja du schlägst das halt und nach einer gewissen zeit kannst du dann halt so eine eine kleine ich nenne es jetzt mal eine kleine schneise ja auch ein bisschen viel aber du kannst das ein bisschen freimachen und wir können dann diese baum äh wipfel durchstoßen und seht halt natürlich dann unten auch diese restliche teil der treppe die halt runter in dieses wäldchen führt ja ganz normaler erdboden und so weiter überall sind wurzeln durch den boden gezogen teilweise tauchen die wurzeln auch wieder aus dem boden auf gehen so kommen so aus der erde raus und bilden so eine struktur und gehen auch wieder rein in die erde ja erkenne ich davon irgendwas ist also Thema weil ich ja mich so heimisch fühle ne also das natürlich du erkennst auf jeden fall bäume oder sträucher aus deiner heimat also es ist jetzt nicht so dass es so aussieht wie daheim ne das nicht aber du erkennst ein paar ein paar bäume ein paar sträucher und so und du merkst aber auch dass hier Sachen sind die du noch nie gesehen hast ja ich bin total fasziniert ach ja ja das kenn ich noch nicht was ist das da vorne interessant ja da vorne steht der nackte garis ja der interessiert mich schon gar nicht mehr auch wenn er da steht das juckt mich nicht der steht bei den Glockenblumen ja zwischen zwischen den zwischen den Osterglocken und den den Schneeblümchen äh den Schneeglöckchen und ach das ist ja auch Mohn interessant ja wirklich so ein so ein Abschnitt da wird es ein bisschen lichter ja da stehen auch ein paar Mohnpflanzen und so Mohnblumen Gräser ja 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 ach hier könnte ich bleiben hier ist es schön warm Wald Natur einfach alles toll ja dann bleib doch hier bleib hier bleib hier oh Gott hören wir das auch? nein das hört keiner ja ach so ich wollte ganz sagen wenn jetzt noch die Albinos kommen oh Gott ne ne komisch ne na gut was wollt ihr tun? sind die beiden mittlerweile bei mir? ja die kommen jetzt die Treppe runter und der Gildo ist sowieso schon die ganze Zeit hier rumlaufen und guckt sich schon ein paar Sachen an und so du hörst auch du hörst auch die die lange nicht mehr vernommene Sprache des Waldes die du in Mekizisi nicht mehr gehört hast ich würde Jim aber auf jeden Fall vorher seine Handachse erstmal wieder geben ja die brauche ich ja nicht mehr die sind ja jetzt unangekommen ich lausche so den dem dem huschen und treiben was vielleicht andere nicht hören als des Waldes und schließt so die Augen und hör dem so zu mhm der Wald der Wald singt wie auch in deiner Heimat singt der sein sein jahrtausende altes Lied das er schon immer gesungen hat die zwei anderen hören nur einen Specht der gerade ich höre dann so zu die zwei anderen hören einfach nur einen Presslofhammer der am Baum rumhört ja den hörst du natürlich auch aber der fügt sich halt in dieses Lied in dieses in dieses Weltenlied in dieses Lied Gaias fügt sich dieses Hämmern ganz ganz normal ein das gehört einfach dazu Leute wollen wir weiter oder Gildo willst du noch weiter rumträumen ich meine wir haben was zu tun du kannst ganz gern hier bleiben aber ich würde ganz gern weiter weiter hier bleiben wo wollen wir denn überhaupt lang hier sind doch keine Wege dann bahnen wir uns ein mit Jem seiner Hand axt das würde die Natur zerstören nur das was nötig ist ich guck Jem an und ich soll der Verrückte sein nein keiner bringen wir wenigstens keine Leute um die schlafen okay ich will das ja nur mal angemerkt haben okay Shots are fired again aber gut das diskutieren wir jetzt ja hier nicht aus weil das ist aus einer anderen Welt ja ihr macht euch auf den Weg einfach mal ein wenig durch diesen Wald durch es ist ein sehr angenehmes Laufen auch also wirklich ein angenehm wie ein sommerlicher Abendspaziergang ja durch diesen Wald und nach einer gewissen Zeit hört ihr so ein plätschern und klucksen und stoßt auf so einen auf so einen Wildbach und äh an dessen ähm Rändern wachsen große Büsche mit mit Bären verschiedensten Bären haben wir werden hoffentlich nicht durch Zeitung und Raum teleportiert oder Gibt es denn sowas Gibt es unter einer Stadt eine hunderte Meter lange Treppe die dann in einen Wald führt realistisch kann ich dir nicht beantworten ich war hier noch nie Pragmatiker einfach oh wer weiß ich hoffe wenn wir teleportiert werden dann gilt auch dass wir in deinem Wald sind nicht in meinem zumindest nicht in die Erinnerungen wo ich einen Wald gesehen habe kann ich die Bären erkennen beziehungsweise weiß ich ob die giftig sind oder nicht du siehst auf jeden Fall so sagen wir mal du siehst sechs verschiedene Sorten von Bären die da wachsen zwei rote eine so grünliche zwei gelbe und so eine so richtig krass pink und jetzt würfel mal ein W6 ja dann gucken wir mal wie viel du davon kennst oder was hast du für ein Verstand oh schlecht aber überleben hast du ne so Wildnis ich habe überleben und Naturbursche als Talent ja auf jeden Fall das ist doch genau dein Ding ja dann würfel das bitte mit diesem Talent und allem drum drum also überleben mit Naturbursche oder wie ist das dann ja du würdest überleben und Naturbursche gibt glaube ich so einen Bonus ich habe mir das nur bei Talenten aufgeschrieben ja überleben okay warte ich hab's probiert aber den ersten Wurf kannst du ja schon mal machen boah alter ist fuck langsam ab ey nix nix willkommen willkommen in der Welt des Rollenspiels ja manchmal Naturbursche plus zwei Spuren lesen über Leben und Heimlichkeit in der Wildnis dann habe ich das ja wenigstens geschafft ja du hast das du hast das geschafft ja also du erkennst vier dieser Bären ja von diesen sechs also das sind das sind auf jeden Fall genießbare Bären du erkennst die Krassliederne mhm wie heißt sie Josterbeere ja Josterbeere ja was macht die wie schmeckt die oder hat die irgendeinen Effekt oder sowas Effekt keine Ahnung es sind Bären ja Josterbeere schmeckt im Prinzip wie eine Johannesbeere mit einer Stachelbeere gekreuzt weil genau das Josterbeeren sind okay sag einfach sie macht dich unsterblich genau oh zu spät mhm so war es aber auch okay ja das sind Josterbeeren ja die Josterbeeren sind dafür bekannt dass sie sehr süßlich und einen leicht bitteren Geschmack haben und ähm die sind sehr genießbar und ähm ja erholsam also so ja entspannende Wirkung ja ja warum dementsprechend weißt du auch okay vielleicht nicht zu viele je nachdem was man für eine Wirkung erzielen will okay ja und das andere sind irgendwelche ja wirkliche Stachelbeeren und Hannesbeeren und Heidelbeeren und so ja und es ist auch es sind ordentlich viele Büsche da also das es gibt schon was ja ja ich würde mir von denen auf jeden Fall mal so immer eine Hand voll nehmen mhm würde meinen Kameraden Bescheid geben hier dass die die Bären da die vier äh die ja vier waren es vier die ich erkannt habe da sehr sehr genießbar sind vor allem diese Josterbeeren das sind natürlich meine Lieblingsbären äh sonst wüsste ich ja nicht so viel über die ähm die gab es bei meiner Heimat ganz 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 viel ähm und wird da jetzt auch so ein paar davon schon essen und halt so ein bisschen meine Vorräte damit auffüllen die schmecken probier mal so eine Bäre und dann sag ich sie hm irgendwie bitte aber dennoch süß ja und und die ähm die schmecken genauso wie du sie in Erinnerung hast also das ist das schmeckt nichts irgendwie anders es gibt quasi keine Fehlfarbe im Geschmack ach wieder ein Stück Heimat ja und das ist jetzt für euch seit langer Zeit mal wieder ein Moment in dem sich auch so ein bisschen diese Anspannung löst diese Anspannung dieser dröhnenden Finsternis ja dieser zyklopischen Hallen dieser komischen Gestalten die euch belauern die euch angreifen die im Dunkeln so auf euch gewartet haben ja ist das Wasser denn klar das ist klar ist klar dann würde ich auch noch meinen Wasserschlauch damit auffüllen ja ist das warm oder ist das kalt das ist kühl das ist doch egal Hauptsache Wasser okay ich zieh mir meine Klamotten aus und spring rein du hast sie nie angezogen du hast sie noch nicht mal von Cem wiederbekommen du bist immer noch nackt dann spreng ich jetzt halt trotzdem ins Wasser ja wie gesagt ich fühl mich ja langsam wohl so weil ich kenn mich ja nur noch so ja ja gut also du hast nichts an ja du springst in dieses Bach gut der ist jetzt nicht tief das ist jetzt es ist ein Gebirgsbach ne aber auf jeden Fall das Wasser tut gut oh Leute kommt doch auch rein ins Wasser kein Interesse jetzt will ich auch glaube ich nicht mehr davon trinken ich spritze mit Wasser voll also so so in sein in sein Gesicht rein so so wenn ich halt so ein bisschen habe nehmen und in seine Richtung ich wasch mich was ja ja oberhalb von dem oberhalb von also euer Wasser in den Schläuchen das war auch wirklich schon abgestanden das hat schon schal geschmeckt man hat es halt noch so getrunken aber das war halt nichts mehr ne und wenn überhaupt noch was drin war das Wasser hier ist halt wirklich klar das sprüht voller Leben das ist noch komplett lebendig ja ja also ich habe das auf jeden Fall eingefüllt bevor Gareth da reingesprungen ist ja selbst wenn selbst wenn der Gareth ist da reingesprungen da gab es kurz so eine braune Wolke ja und die ist aber dann auch den runtergetrieben worden ja das ist nur eine reine Einstellungssache von mir gut ähm so und jetzt müsste eigentlich jeder von euch eine eine Drachenaugenkarte bekommen haben außer Gareth der gar nicht hier drin ist warum sind sie denn hier drin ich habe noch eine Eins dazu bekommen ich habe jetzt nur eine Drei und eine Eins ich hatte schon die ganze Zeit drei und ich habe immer noch drei dann habe ich einen Fehler gemacht aber witzigerweise wird mir Gareth gar nicht angezeigt mir auch nicht hä okay es ist magisch ich äh lade meine Reine noch mal neu ist der Cem auch raus ja ich lade auch gerade neu weil ich keine Drachenaugenkarte bekommen habe ahja da ist irgendwas im irgendwas im Busch ah jetzt hat der Gareth ach jetzt habe ich jedem so eine gelbe gegeben das war nicht das das war nicht das Ziel der Übung okay ähm merkt euch einfach ich stehe jetzt merkt euch einfach jeder von euch kriegt noch ein äh Drachenauge dazu das stelle ich dann gleich noch mal in Ruhe ein ist jetzt auch nicht so richtig jeder hat noch mal eine mehr ja was wollt ihr tun Gareth wäscht denn äh Cem wäscht sich ein bisschen und füllt seinen Wasserschlauch auf trinkt auch wahrscheinlich ausgiebig ja Gildor ist am Essen Gareth Gareth wäscht sich auf jeden Fall auch ja und entdeckt so ein bisschen auch so das innere Kind in sich wieder so ja also so ausgelassen und so entspannt habt ihr ihn wirklich noch nie gesehen dass er wirklich mal so so ja halt so dieser typische Anfang 20 jährige kleine Elf ist der wirklich mal weil ne Menge Spaß hat und jetzt nicht so auf einen macht auf äh ich bin der Intelligenteste oder so sondern der einfach nur mal wirklich so auch durch den Anstoß von Gildor mit dem Wald auch wenn er sich nicht eingestehen wollte dass der Wald so schön ist aber dass er wirklich mal auch wieder das kennen lernt und auch mit anderen teilen kann ja ich würd ähm halt gucken ob ich hier vielleicht noch irgendwas erkenne noch so ein bisschen rumgucken Fußspuren gucken also Tierfußspuren irgendwie so die ganze Zeit in der Gegend rumschauen vielleicht auch nochmal so die Pflanzen die mir noch nicht bekannt sind auch nochmal so genauer anschauen also sehr interessiert an der Natur sein und auf jeden Fall wenn du ein bisschen rumschlenderst es hört sich so an so ein bisschen Zeit nehmt auch mach dir einfach mal ein richtiger Rast hier ja also du siehst du siehst auf jeden Fall Abdrücke also von Tieren also aber wirklich jetzt die Huftiere oder auch würde es auch sagen Wildschwein vielleicht dabei mal also jetzt nicht 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 tausende oder so ab und zu mal findest du mal hier und mal da in der Nähe von dem Wasser ja auf jeden Fall ne da findest du ab und zu mal auch wirklich ganz normal Fußabdruck ja das ist nur so reine Interesse an allem ja ihr könnt wie gesagt ihr könnt jetzt hier auch eine Zeit lang rasten ja ihr seid schon sehr lange unterwegs ja sagt mal sagt mal wart ihr überhaupt jemals außerhalb von Nekizisi und Umland seid ihr irgendwie mal umhergereist oder wart ihr immer nur in der Stadt beziehungsweise bis dort wo ihr uns getroffen habt nein ein paar kleinere Tagesreisen war ich entfernt aber noch nie im gesamten Land unterwegs nein noch nicht im gesamten Land unterwegs macht man das ähm macht man das nicht als hin und wieder mal in irgendwelchen Gebieten ja aber ich reich nicht durch die Gegend das ist kein okay vermisst würdest du es mal ganz gerne tun also würdest du ganz gerne die Welt sehen oder wirst du mit dem zufrieden was du hast warum soll ich mir das anschauen ich habe Aufgaben zu erledigen ja aber mal so ein wenig abschalten oder auch ein wenig mal euren eigenen Dingen nachgehen also dem was euch gesagt wird eigenen Dingen nachzugehen ist sich den Leuten gegenüber denen ich geschworen habe zu beschützen und ihr meint dass es sehr sinnvoll ist nur nach anderen zu gehen weil ihr ein Versprechen gegeben habt ihr müsst wissen wir haben nicht den Stand wie normalerweise Leute haben das habe ich schon mitbekommen es sind halt immer noch aristokratische Magierfamilien über uns und dem dem von all dem mal zu entfliehen dem allen mal den Rücken zu kehren habt ihr nie mit dem Gedanken gespielt soll ich leben wie ein Strauchdieb ein Heckengeritter nein wie Elfen die hier in diesem Land reingekommen sind aus verschiedensten Gründen und hier alles sich neu aufbauen müssen die auch ihre Heimat verlassen haben du meinst hier unten leben Elfen das habe ich mir direkt gedacht ja doch ja vielleicht ich weiß es nicht hä warum warum sollten wie kommst du darauf ist schon gut doch nicht etwa weil wir jetzt so tief gelaufen sind oder weil wir ja aus dem Untergrund kommen weil wir ja die bösen Gnome und Teufel sind wie diese komischen Albino Wesen aha interessanter Vergleich ich habe gerade versucht dem nachzufolgen was ihr gedacht habt in dem Moment ihr seht Gildor mittlerweile mit seinem Hemd voll Bären wieder zu euch kommt habt ihr die schon probiert? die sind richtig lecker ja die sind auch wirklich lecker ja so totalen Mampfen schon so totalen blauen Mund von den ganzen Bären die er schon gegessen hat ich habe nur noch ein paar Bären und sage Gareth wusste schon dass sie lecker sind was hast du gesagt? ich nehme mir ein paar Bären und sage Gareth wusste ja schon dass sie lecker sind wieso Gareth? der kann in letzter Zeit Gedanken lesen achso ja ach und ich dachte ihr seid anders als alle anderen in eurem Land aber naja also habt ihr auch bloß eure Vorurteile naja also ich sag mal so sagt Dyle der natürlich auch noch dabei ist aber meiste Zeit sehr in sich gekehrt ist also bis jetzt hat er uns ja anders behandelt als die anderen naja außer dass er mir mein Einhorn weggenommen hat aber das ist ein anderes Thema das stimmt und wie du siehst hängt sein Handeln und sein Denken auch nicht zusammen der sieht jetzt den Blick eines Menschen der zwei Elfen anguckt und es sind drei Löte größer als er und der Dyle kennt das vielleicht das ist der Augenblick wo das alte Spiel gespielt wird 3 gegen Dyle oh nein warum ich hab gar nichts gemacht ohne mich wärst du den Hals gebrochen auf der Treppe und wir hätten und das muss ich dir leider zugestehen Dyle niemals dieses Abenteuer erlebt egal wie scheiße das momentan alles gelaufen ist oder wie schlecht aber irgendwie ist es doch schön die Welt zu sehen und auch mehr zu sehen als seine eigene Heimat auch das hier kennenzulernen wo wir jetzt ja auch immer sind ja hättest du damals auf dem Schiff nicht diese große Klappe gegenüber diesen Kopfgeldjägern gehabt wären wir hier nie gelandet wir wären Cem nie begegnet ich wüsste gern was aus dem Zweck geworden ist der Avery ich glaub Gildo hat er schon zu viele von diesen, wie nannte er sie, Justerbeeren oh ja, du bist, du fühlst dich ja echt entspannt, also die du hast, du hast Lust, du hast Lust dich so ein bisschen ins Moos zu legen während die, mit den, in den, in den, in den Blätter, ins Blätterdach zu schauen, während du mit den anderen sprichst oh Gott eine berechtigte Frage immerhin war der Zwerg ja doch eine Zeit lang bei uns dabei ja, der Davy ja ja, der ist auf dem Schiff geblieben, der hat sich da versteckt ja, ich frag mich, was aus dem geworden ist und Gildo auch ich weiß nicht, ich hab ihn nicht gesehen im Magazine aber das ist ja was, das ist ja was, eine alte Geschichte vielleicht, vielleicht treffen wir ihn ja nochmal, wenn wir hier rauskommen wo sind wir hier eigentlich? im Wald? ich weiß es doch nicht wir sind wegen diesem Kugelschreiber hier naja weißt du doch ja Leute, ich will nicht hetzen, aber wir müssten auch irgendwann weiter ich weiß, wenn wir hier leben arbeiten Dahl macht Dahl macht in der Zeit, während du das sagst, so schichtet der gerade so ein bisschen Holz auf okay legt so ein paar Steine so außenrum okay Dress lass uns doch noch hier bleiben ja, Gildo ist ist so kurz kurz vorm Einnicken vielleicht sollten wir tatsächlich die Nacht hier verbringen wir haben wenigstens genug Wasser Mh, könnte ich morgen früh nochmal baden vielleicht sollten wir auch einfach mal schlafen und du bist weg ja ja, wir müssen Wachen einschalten ja, Gildo kann definitiv nicht mehr mitreden, derzeit ich glaub, Gildo macht die dritte Wache Ich ich kann ja für eine Zeit lang also, wir könnten ja ganz gerne bis zum Einbruch der Nacht Wache halten und ab dahin würde ich ja meinen Wolf beschwören Gute Idee denk dran, die diese Beschwörungszeit ist ja auch nur eine gewisse, ne? also das ist jetzt 20 Minuten oder so war das ja, ja, aber das weiß ich jetzt schon nicht ach so, gut ne, das weiß ich nicht, natürlich nicht ja, ihr haltet Wache es wird auch gar nicht also es ist immer so dieses abendliche goldene Licht so ein bisschen warm, angenehm uns passiert in beiden Wachen auch gar nichts und Gildo wird dann geweckt und äh, ihr seid auf jeden Fall alle wunderbar ausgeruht am nächsten, ich will mal so sagen, nächsten Morgen es ist natürlich kein Morgen für euch ist es quasi so der nächste Abschnitt dann, aber die Zeit, Tagszeit hat sich nicht geändert ähm, Frage, kriegt dann wenigstens Gildo seine Wunde weg oder ne, ne durch die, durch die Erholung und so ne, ne aber es tut weniger weh aber, das ist eine Rollenspiele ne, aber die, klar, die die Knochen, das hat den schon jetzt mal ganz gut getan hier auf dem weichen Moos und so aber du merkst auf jeden Fall, das zwickt und knackt an allen Ecken und Enden vielleicht ist auch was angeknackst wer weiß geprellt mhm es dauert ein bisschen ach, so Leute, wollen wir weiter na dann über den Bach und einfach weiter geradeaus das tat gut lustigerweise musste ich grad wirklich gehen ja, ja ich hab das auch eben gelesen, was du geschrieben hast äh, ja hab ich, hab ich im Blick ja, gut das ist jetzt die Frage, ne also ich mein, es gibt so ein es gibt so ein paar Wege, wo man sagen könnte das würde Sinn machen den Fluss oder das Bächlein hinauf oder herunter oder oder halt überqueren und auf der anderen Seite in den Wald hinein ich hoffe, das aktuelle Video gefällt dir und wenn du kein Video mehr verpassen willst dann bitte ich dich jetzt abonniere den Kanal lass mir gerne auch einen Like da ja, und ich möchte dich bitten meide große seelenlose Verkaufsportale sondern unterstütze deine kleinen Verlage deine kleinen Buchhandlungen oder deine kleinen Webshops wie meinen dance-abenteuerwelt.de oder andere denn die kleinen Webshops und die kleinen Verlage sind auf die Marge angewiesen die sonst die großen seelenlosen Kaufhäuser in diesem Internet vielleicht einstreichen und jetzt weiter und viel Spaß mit dem aktuellen Video Ich würde vorschlagen, wir folgen dem Fluss irgendwo muss der herkommen ja, wahrscheinlich von einer Quelle in den Bergen ha, ich bin ein Bergelf ja, da komm ich ja her, ha, ha, ha jetzt gehen wir durch jede Heimat die jeder von uns hat, witzig aber ich würde dir folgen auf geht's Gildor ist immer noch sichtlich entspannt mhm ja also ihr seht ich weiß nicht, wo ihr hinlaufen wollt das ist immer noch nicht so raus ja so den Fluss entlang wo der halt herkommt quasi aber ihr seht, wenn ihr so runter den Fluss runter guckt seht ihr das da also ihr könnt natürlich im Wald jetzt nicht so weit sehen aber den Fluss runter, das Flüsschen, das Bächlein runter da kann man so ein bisschen runter gucken da seht ihr, dass irgend so eine kleine hutzelige Gestalt mit so so ein Meter Meter groß vielleicht ein Meter zehn oder so kann man es schwer ausmachen auf jeden Fall eine kleine hutzelige Gestalt aber so humanoid mit Arme Beine ja Kleidung an mit so einem Mützchen und so einem sehr sehr langen Bart ja da äh geht's oder brauchst du ein Ricola ja geht geht ein hutzeliges Männchen nur so auftaucht kurz diesen Bach entlang huscht und wieder so ein bisschen so verschwindet zwischen den Bäumen so ich würde hinterher rufen Davy bist du's warte auf uns wer Davy der Zwerg nein 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 also dieses hutzelige Männchen ist nicht so stämmig ist auch nicht so groß also Zwergen sind größer ja Zwerge sind größer der Davy der Zwerg von dem du sprichst der war ja größer auch als Dile ja ja ich weiß aber das war jetzt bloß so ja gut das war eine schöne Inter- ja aber nein auch um die anderen drauf aufmerksam zu machen dass da jemand ist mhm ja der der ist auf jeden Fall Richtung sagen wir mal unten ja da entlang huscht also mit dem Bachlauf quasi nicht entgegen ne der war halt ja der ja der ist ja so ein Stückchen noch so dem Bachlauf gefolgt und dann wieder in den Wald rein dann folgen wir dem Bachlauf und nicht entgegen auf auf also runter also willst du dem Männchen folgen äh äh Gildor ja warum nicht ok ich bin dabei ihr geht halt wie gesagt ich habe ja gesagt es sind so ein paar Meter weiß ich nicht 50 Meter oder so war das weiter unten überall gestrüpp und so und ähm ihr hört auch ähm verschiedene Vögel zwitschern und so und äh kommt dann an die Stelle wo du dieses Männchen da gesehen hast mit deinem Elbenauge und du siehst auf jeden Fall auch Spuren im äh im Moos im Gras äh im Erdreich was da so ist ganz leichte Spuren hm äh wenn man denen jetzt folgen könnte müsste man dafür Nachforschung nehmen oder Wahrnehmung ne das ist äh was der naturbursche Spurensuche ist das weil die sind ganz leicht ganz zart je nachdem ja die würde ich auf jeden Fall durch so untersuchen du siehst halt wie gesagt es sind verschiedene Untergründe ein bisschen Moos mal dann wieder ein Stückchen das wieder getrampelte Erde sieht man es eher weniger und dann wieder Gras also da muss man schon gucken weil die ganz ganz leicht sind ganz zart hm also wenn du den folgen willst dann musst du auf jeden Fall versuchen die Spur zu halten dann würfel ich oder? ja ja das möchtest also auf jeden Fall den Anfang der Fährte kannst du gucken ob du die aufnehmen kannst also auf irgendeins von beiden kommt jetzt noch plus 2 wegen dem naturburschen also ich würde es irgendwie schaffen irgendwie schaffen aber nach einigen 10 15 Metern so verlierst du die Spur irgendwie dann kommt ein Stück wo es ein bisschen festerer Boden ist und so das ist schwer zu kannst du nicht gut ausmachen ja keine Ahnung ich erinnere dich vorhin wieder eine Eule wo müssen wir lang? so eine Eule fliegt jetzt vorbei von einem Ast so zum anderen rüber so über eure Köpfe hinweg also jetzt nicht die ist nicht nah an euch dran die fliegt einfach so durch den Wald ich würde einfach mal auf gut Glück schreien hey du Hutzelmännchen wir wollen dich was fragen hm wo war das ein Moment? kam nichts außer die die Stimmen des Waldes die kamen kurz während du gerufen hast haben die kurz die Stimmen so ihren Atem angehalten die Tiere haben gelauscht und dann geht es weiter das Geschnatter das Gerede in den Bäumen Gilda du kannst es auch so ein bisschen ja verstehen ist das falsche Wort aber du weißt okay jetzt unterhält sich der Vogel mit dem und so weiter ja und du hörst diese kannst diese Stimmen auseinander halten ganz harmonisch alles ja ich würde nochmal so ein paar Meter weiter gehen um zu gucken ob da vielleicht die Spuren weiter gehen wo sie also so von da wo sie geendet haben bis so keine Ahnung zehn Meter weiter ob es da weiter geht vielleicht ja also ist nicht so nicht auszumachen okay kannst jetzt nichts mehr ausmachen da du suchst einen Moment also das dauert auch noch eine gewisse Zeit lang muss zusammen gucken und ne also entweder ist er verschwunden oder er geht da wo man es nicht erkennen kann oder die Spuren waren wirklich so leicht dass der der Wind einfach die Gräser wieder aufgerichtet hat ja mh die Eule könnte noch interessant sein die ist ja die ist ja die ist auch nicht mehr in Sicht und nun einfach weiter dem Bachlauf hier folgen wo das Männchen lang gegangen ist du weißt ja nicht wo es lang gegangen ist also ja gehen wir auf gut Glück da lang vielleicht treffen wir es ja durch reinen Zufall oder was meinst du Cem? ja ja er ist komplett hat er auch diese Josterbären gegessen ja ich glaube auch Josterbären ihr marschiert so ein bisschen weiter durch den Wald und ja es ist es verändert sich die Landschaft eigentlich auch gar nicht also es ist alles wirklich so komplett also es ist ja dichter Wald an manchen Stellen ein bisschen Urwald mäßig wo man nicht so gut durchkommt aber die meisten Stellen sind wirklich sehr angenehm also das was wir so von Wäldern kennen das sind ja das sind ja domestizierte Wälder kann man sagen aber es gibt ja auch immer noch so ein paar dicke Stellen wo ihr dann mal so einen leichten Umweg gehen müsst aber nichts nichts beunruhigendes so wie man das auch kennt so ein bisschen da ihr jetzt eh auch so kein Ziel habt habt ihr ja eigentlich nur diesen diesen Bach ne der dann der dem ihr nachlauft und und irgendwann wird aus diesem Gurgeln und diesen Plätschern von diesem Bach wird ein Geklapper leichte Stimmen und ihr lauft auch auf irgend auf so ein wie so auf so einem See zu und auf ein kleiner eher so ein Teich in dessen Mitte von diesem Teich steht ist so eine kleine Insel und es wuselt da kleine Gestalten große Gestalten mit Fell ohne Fell die da auf dieser auf diesem Inselchen was ihr aus der Entfernung nur so leicht erkennen könnt da so am rumwuseln sind ihr hört Instrumente Flöten Trommel und zwischen diesen zwischen diesen kleinen Wesen also es sind ihr könnt es noch nicht so hundertprozentig ausmachen ist auch ein sehr sehr großes Wesen dabei sehr fällig ja ihr würdet sagen vor der Entfernung vielleicht ist das ein Bär der auf zwei Beinen läuft schwierig zu erkennen und ihr beobachtet dieses Treiben einen Moment lang und was dann passiert erfahren wir in der nächsten Episode ja nein der Finger Kommen auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020